Musik 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 Was machen wir jetzt? Das weiß ich nicht. Was? Ich weiß nicht. Der Sprechschuss ist da. Wenn ich treffe, habe ich gewonnen. Du hast angefangen, gell? Ja? Ich habe überhaupt keine Bedeckung. Ich habe das Gefühl, es ist falsch, den Bart zu chitten. Wenn man von hier steht. Vielleicht muss man den einfach mal so ganz lächelig ansehen. War mir ein guter Gedanke? Ich glaube, ich benutze ihn jetzt auch. Der sagt, nee, nee! Der sagt, nee, nee! Aber, Mann! Guter Gedanke! Also das sind Leute, die sind gefährlich! Der gefällt mir! Das sind Leute, die sind gefährlich! Der kommt schon nah dran. Man muss langsam mal treffen. Das ist schon klar. Das ist schon früh, Bruder! Versuchen wir jetzt mal wieder so, oder? Der Bruder war das eine Rückgabe oder wie? War das eine Rückgabe? Also der Kippe war es dann einfach nur so. Das wäre der, der beim Elfmeterpunkt genauso schießt. Also das tun wir nicht, das ist frech. Ja, das war ein Automatismus bei Elfmeterpunkt. Wenn ich einen, wenn ich einen, wenn ich einen, wenn ich einen mitmiss. Risiko, das sind. Also, also, können wir das bitte doch mal rein tun? Also, wir zeigen das und zeigen dann nochmal seine Frage, ob man das schneiden kann. Einfach so. Denn das ist eine Frechheit. Weißt du was, Blacky? Weil du so etwas Freches machst, bin ich, sehe ich mich gezwungen, sehe ich mich gezwungen, das auch zu tun. Hör auf! Es gibt Momente, da muss man Salat machen. Und ich glaube, jetzt ist so ein Moment, Salat zu machen. Ach! Weißt du, ich mach sowas mit dem Weiß. Ich hab's geil! Schade! Aber, wenn ich jetzt getroffen hätte... Hatten wir schon oft gesehen, dass du Superland auch machst, gell? Wenn ich jetzt nicht getroffen hätte... Ich wär abgekackt. Ich wär' gegangen. Ich wär' gegangen. Ich wär' gegangen. Oh, war der lang in der Luft, ey. Deine Bälle sind viel zu lang in der Luft. Man muss mal schwitzen. Das ist so wie bei der DSDS-Finale. Der Gewinner... Ihr habt lange gearbeitet. Ihr habt alles gegeben. Und der Gewinner wird gleich gesagt... Und jetzt kommt Pause! Nach der Werbung! Nach der Werbung! Aber bei dir ist es so... Sogar noch nach der Werbung ist dein Ball in der Luft. Warte mal, ganz kurz. Ich glaube, es liegt am Ball. Es liegt am Ball! Ist das frech! Schaut euch das an! Ist das frech! Also wenn man Ball taucht, das ist mal hier. Das ist... Das ist so frech! Das ist so frech! Aber... Wenn Leute so... Wenn Leute so kommen... Dann müsst ihr Salat machen. Ganz wichtig. Und das mach ich jetzt. Man muss zeigen, das geht so nicht. Mann! Du hast mal Salat, aber er hat das Kräuterbeck jetzt vergessen. Ganz klar. Kannst du denn rein gemacht? Nein! Aber... Vielleicht ist es noch einmal! Der Arme, Junge! Ich mach dich am Ball! Ich muss sagen, meine Bälle kam bisher... Ja, du machst ja auch keinen Salat! Ich bin jetzt hier, um Salat zu machen! Salat? Hör auf! Hör bitte auf! Bitte! Ohne Verletzung heute! Hör von 12, aber egal! Es ist wie zu lang in der Luft! Es ist... Es wird Salat! Es ist... Ja, viel besser! Soll ich schießen? Viel besser! Ja! Du kannst direkt durchlaufen! Ich wusste das! Ja! Ich wusste das! Ich kann nicht sagen, aber ist wie du jetzt... Überlänge geworden? Oder warum... Warum brauchen wir so lange? Wir haben doch eine 8 Minute! Ja! Es reicht jetzt auch, ne? Ja! Es reicht jetzt auch, ne? Es reicht jetzt nicht! Mann! Der ist so schlecht! Bleib, bleib, bleib! Ich glaube, das Video dauert fast zu lang! Es wird einfach Zeit, dass ich jetzt das beende hier! Lecky, es war schön mit dir, aber jetzt vorbei! Lass, ich bin noch nicht! Lass, das ist... Lass, ich bin noch nie... Lass, ich bin noch nicht! Lass, ich bin noch nicht! Lass, du bist so schlecht! Lass, du bist so schlecht! Ach, Scheiße! Ein Stück, wir dürfen die verlängertes Nächste in der Linie nehmen, gell? Aua! Das heißt, wenn wir da sind, sind wir schon am verlängerten, gell? 9,5. Hören wir auch. Guck mal, wie der schon wieder versucht, irgendwelche Tricks. Der wird da! Willst du hier hin? Willst du hier hin? Ja, und reindrehen! Hier! Immer reindrehen! Und wo ist der Unterschied zwischen 16er? Das ist ein Zentimeter! Bleibt dann gut davon! Das ist frech! So viel zu gewinnen, das ist frech, Leute! Es ist ja immer so! Es ist ja immer so! Ich sag nichts mehr! Ich sag nichts mehr! Oh! Ey! Du bist so lange in der Luft, gell? Das gibt's von dir! Bei deinen Bälle, ey! Das ist ja brutal! Man muss sogar noch viel machen, ey! Man muss sogar noch viel machen, ey! Und jetzt geht's noch! Was ist hier mit zu? Na knapp! Ich hab' nicht geschwitten! Aber ey! Nimm dir was! Nimm dir was! Na ehrlich, der war dran! Der war der! Scheiße! Gott sei Dank! Das hätte ich mir wieder wochenlang anhören müssen! Wochenlang! Sag mal, weißt du doch, Lappen-Challenge! Mit Außenwitz! Ja, ja! Hören wir auch mit sowas! Sonntag! Ich kann wieder nach dem Schlaf! Oh! Das geht so leid! Ey! Es wird Zeit! 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 Es war klar! Ich hab' gehört! Der war doch was! Der war doch was! Der Arme! Der Arme! Ich wollte eh noch ein Außenwitz-Tutorial reinbringen! Oh nein! Es kommt auf jeden Fall noch rein! Aber zuerst muss ich zeigen, dass ich's drauf hab! Das ist so gefährlich! Der Sonne kommt wieder raus! Komm! Bleib gleich, wir sehen den besten in der Schlaf! Das ist beendet halt! Komm, zeig doch! Ich hab schon einmal auch von der ganzen Zeit durchgegangen. Und vorne sind sie zu weit sogar. Warte mal, wenn wir sagen, wir hören hier auf, da hab ich gewonnen, gell? Ja, ja, ja! Hör mal! Guck mal, ich muss laufen! Hör mir auf, ey! Das ist ja Wahnsinn! Ey, ist nicht drauf, was er gesagt hat. So will er hier gewinnen, das ist eine Frechheit. Also, ich schaff den Quater zu. So will er gewinnen hier. Ich spende das jetzt einfach ganz normal. Bin ich dran, ne? Das gibt's doch nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hol den schon, aber oh mein Gott! Das ist ja wie Bayern real, ne? Bayern hat die Chancen, aber real macht man vielleicht dran. Ja, ne? Da hab ich schon viel früher hier war, ne? Ernstlich! Es ist ja wirklich so! Ich hab die Chancen! Es ist so unverdient, Leute! Also, es ist dann auch wichtig, dass man seinen Konkurrenten auch ein bisschen die Chancen gibt, bevor man gewinnt. Aber egal, ob ihr FIFA spielt, egal was ihr macht, nach so einem Wettbewerb wäre immer ganz, ganz wichtig! Immer Respekt zeigen! Yes! Leute, ähm, letztens beim Elfmeter Challenge hatten wir keine Bestrafung und da kamen so Feedbacks, ah, ist doch lahmweilig, wenn keine Bestrafung da ist. Es wird Zeit, dass wir diesen sexy Arsch mal ein bisschen... Von Bestrafung war nie die Rede, sonst hätt ich mich doch angestrengt, ne? Ja, klar! Komm, Bruder! Stell dich hin! Stell dich da jetzt hin! Stell dich da hin! Stell dich da hin! Ja! Wollen wir die Hose tauschen, dann mit einer schönen Wade frei ist. Also, Beine bisschen zusammen da jetzt, komm jetzt nicht los! So muss es aussehen da jetzt, ey! Das ist doch schon wichtig, dass ich treffe, ne? Bruder, mach jetzt! Nein! Man muss die Hose auch nutzen, also wenn es eine Bestrafung gibt, also wirklich, dann muss man die auch ausführen, also sowas ist ja... Aber ich bedanke mich wirklich, recht herzlich! Geißer! So Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Vergiss nicht gefällt mir zu drücken und natürlich mich zu abonnieren. Hier findet ihr noch mehr Videos von mir und schaut natürlich bei meinem Instagram Account vorbei. Und vergiss nicht Salat zu machen! Und vergiss nicht Salat zu machen! Also, wir sehen uns beim nächsten Mal!